Auf geht's! Gehen wir, dass wir hörte werden. Los geht's! Ja, Bamschel war einer dieser Songs, wo ich das Riff irgendwann mal geschrieben hab. Und dann war's wieder zum Song schreiben. Dann hab ich das rausgeholt und hab gesagt, na, schaut's her, hört sich das mal an. Der hat ja auf seinem Handy irgendwie hunderttausende von Riff-Ideen. Die singt er ein oder pfeift er ein oder spielt's mit der Akustik-Gitarre. Und da war der Christian gleich Feuer in Flamme. Er hat gesagt, ja, cool, saucool. Endlich haben wir auch so einen Song. Ja! Da hab ich gesagt, wir haben doch schon immer so einen Song. Wir haben ja alle Songs dann so. Er hat das einmal vorgespielt und ich musste es die ganze Zeit nachspielen. Also praktisch die ganze Probe lang hab ich nichts anderes gemacht, als das Riff zu spielen. Geht's halt um eine junge Dame, gell? Wo man halt dann ... Was sagt man denn? Ich weiß gar nicht, ob das der Song denn ist. Wenn der Tom am Schluss die Gitarre wieder anscheidet, geht die Tür zur Hölle auf. Das ist einer der schönsten Momente während des ganzen Konzerts. Gell nochmal. Gell nochmal, da kommt ein Müll. Gell nochmal. Gell nochmal. Da kommt ein Müll? Ja. Ach, du bist gnadenlos. So tut er künstlich die Studie jetzt so länger. Ich muss an dieser Stelle auch mal an den Benni Alobau sprechen, dass er unsere blöden Sprüche immer sehr gut ertragen hat. Vom anderen war der Anfang gut und wir nutzen diese Synergien, um etwas einfach Halles zu schaffen. Blick Blitz! So wird aufgenommen. FUN